In diesem Video zeige ich dir 8 3D gedruckte Werkzeuge, die dich bei deiner Arbeit unterstützen. Alle hier gezeigten Designs sind kostenlos auf printables.com verfügbar, ich habe sie euch da von einer Kollektion zusammengefasst. Die meisten dieser Werkzeuge lassen sich sehr schnell und einfach ausdrucken. Also beginnen wir auch gleich mit dem ersten Werkzeug, um die Radien von solchen Rundungen ausmessen zu können. Das kann gerade beim Nachkonstruieren von Ersatzteilen oder dem Zeichnen von Gehäusen sehr interessant und praktisch sein. Daher gibt es auch viele verschiedene Designs im Internet, ich habe mich schließlich für diese Radienlehre entschieden, dass sie schnell gedruckt ist und sehr schick aussieht. Dafür habe ich beim Slicen im Prozesslicer zwei manuelle Farbwechsel hinzugefügt, um die Zahlen etwas besser ablesen zu können. Nun zum zweiten Tool, welches das Abschaben von dünnen Schichten, Skirts und den Abwischstreifen vereinfacht und gleichzeitig die Druckoberfläche schont. Gerade bei PETG kann man sich leicht mal bei dem Versuch, solche Druckreste abzubekommen, den Fingernagel verletzen. Dieser kleine Schaber wird dank adaptiver Schichthöhe im unteren Bereich sehr hochauflösend gedruckt und erhält so eine scharfe Kante, mit der auch sehr flache Rückstände vom Druckbett entfernt werden können. Das nächste Hilfsmittel kommt vielleicht etwas länger zum Einsatz, kann dafür aber manchmal umso wichtiger werden. Mit dieser kleinen Box lässt sich in sehr kleine Öffnungen schrauben. Dabei wird ein normaler Schraubendreher bzw. Akkuschrauber über vier ebenfalls 3D gedruckte Zahnräder um 180 Grad umgelenkt, um so auch in die kleinsten Spalte zu kommen. Auch ich musste etwas suchen, habe dann aber mit meinem Karibu-Rahmen ein perfektes Beispiel gefunden. Diese Eckverbinder, welche die Aluprofile zusammenhalten, werden mit M6-Schrauben befestigt und nachdem das Druckbett installiert ist, lassen sich diese ohne weiteres nicht mehr erreichen. Kurz das eben genannte Tool ausgepackt, den passenden Bit eingesteckt und schon kann die Schraube gelöst werden. Kurze Anmerkung, die Zahnräder habe ich aus dem abriebfesten IGUS IGLIDUR I150 Filament gedruckt. Der Autor des Modells gibt aber auch das ganz klassische PLA als kompatibel an. Beim Arbeit mit Holz kann es essentiell sein, parallele Markierungslinien auf Bretter anzeichnen zu können. Mit einem Streichmaß geht dies sehr einfach und zuverlässig und wer noch keins hat, kann es sich ganz einfach 3D drucken. Ich habe hier die etwas komplizierte Variante gewählt und nachträglich noch diese etwas simplere Version auf Printables gefunden, die sich nun ebenfalls in der Kollektion befindet. Hier noch eine kurze Demonstration der Funktion dieses Tools. Wir bleiben bei der Holzbearbeitung und kommen zum Bohren von lächernden Balken. Wenn man mittig ein Loch bohren möchte, kann man zwar nun anfangen, die Breite des Balkens auszumessen und anzuzeichnen, man kann aber auch gleich auf diese selbstzentrierte Bohrhilfe setzen, mit der die Mitte innerhalb von Sekunden gefunden ist. Nun lässt sich die Stelle markieren oder gleich durch das Loch bohren. Die Schablone ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, dass du, falls nicht bereits geschehen, gerne meinen Kanal abonnieren kannst, da ab sofort wöchentlich Videos zu 3D-Druck, Prusa und vielen weiteren spannenden Themen erscheinen. Außerdem kannst du mir gerne deine Vorschläge für neue Videos in den Kommentaren mitteilen. Ich sage schon mal Danke und mache weiter mit Werkzeugen für das Arbeiten mit den 3D-Druckern selbst. Damit das Filament richtig vom Extruder eingezogen werden kann, muss manchmal das Ende abgeschnitten werden. Das passiert am besten nicht ganz gerade, sondern ein wenig angeschrägt. Mit diesem kleinen Cutter wird das Filament perfekt im 45 Grad Winkel abgeschnitten. Sehr schön finde ich hierbei auch das Design, da mit Federn aus allen Kugelschreibern ein sehr schöner Schnitt entsteht und die Klinge danach wieder hochspringt. Dazu empfehle ich gleich auch diese passende Box, in der die abgeschnittenen Filamentstücke aufgefangen und gesammelt werden, anstatt quer durch den Raum zu fliegen. Mit diesem unglaublich nützlichen Tool lassen sich unsortierte Schrauben in Sekunden identifizieren. Gerade beim Aufbau von 3D-Druckern oder der jährlichen Sortierungsaktion solcher Sammelkisten kann das eine Menge Zeit einsparen, da sich sowohl der Durchmesser als auch die Länge sehr leicht ausmessen lässt. Zum achten und damit letzten Tool muss man wahrscheinlich nicht viel sagen, außer dass solche 90 Grad Winkel für das Arbeiten mit Holz oder groben Zeichnungen sehr hilfreich sein können. Für den Bau eines möglichst geraden Druckerrahmens würde ich jedoch weiterhin auf genormte Schlosserwinkel setzen. So, das war's mit den 8 3D-gedruckten Werkzeugen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und neue Inspirationen gegeben. Was sind deine liebsten 3D-gedruckte Werkzeuge? Schreibe es gerne einfach unten in die Kommentare.